Was bisher geschah Nehmen wir das verdammte Schwert Nuss Dankeschön Und so geht es weiter Das Schwert ist zu groß für dich, Junge Du kannst es gar nicht auspacken Geh weg Meine Lande Das ist Bolton Land, Junge Lord Bolton ist der neue Warden des Schwertes Ich denke, er mag eine richtig lordliche Schwert wie das Nein Ich habe das Schwert, Junge Komm, geh es, du wachst Komm, geh es, du wachst Ja Ja Was meine All right Finish this fucking pig farmer Pathetic Ich habe Angst Sie sind alle ein pig farmer, nicht wahr? Tja, so geht es Der nächste Ja Komm Probier es nochmal Ich kann ganz schnell Knöpfe drücken, Knöpfe drücken, wie so W Das war knapp gewesen. Ich meine, die wollten nur zum Vater tönen. Ich werde dich für das hängen sehen. Das, was ich versuche. Garrett! Du hast überlebt. Okay Leute, ich bin froh, dass ich keine Gnade gezeigt habe. Ich werde die Menschen, die das getan haben. Wir haben einen. Wir haben zwei. Es ist Garret! Geh die Kastelein! Er sagt, dass seine Lieferung überlebt hat! Garret! Ich war zu lange. Sie waren bereits tot. Bring den Meister. Wir treffen uns in der Gnade. Quickly! Wir haben zwei Weithill-Soldier? Und ein Bolton. Sie hat meine Familie tönt. Und für was? Meine Freundin, sie... Sie war nur acht Jahre alt. Das hätte nie passiert mit den Starks in Kraft. Es ist... Unimaginable. Unacceptable. Sie haben meine Schulden. Danke, Meister. Schöne. Das war ein Blquinho. Ja. Ich sollte mich schlafen lassen. Was ist das? Ihr Justiz war schwer. Alguns werden es sagen, Vengeance. Die Whitehills werden sicher sagen, dass es ein Mörder ist. Es war deine Familie. Ich kann nicht sagen, dass ich es anders wäre. Aber die Whitehills werden nicht so sehen. Ich würde es wieder tun, wenn ich die Chance hätte. Wenn wir nicht mit Behörden reagieren, werden sie nicht stoppen, bis sie alles haben. Diese Maggots sollten helfen, um die Infection zu helfen. Ich kann doch kein Blut sehen. Oh nein. Das ist so eklig. Aber die machen die Wunde sauber. Ich fühle mich, den Herr des Hauses und den älteren Sonnen durch so ein schmerzendes Akt der Schmerz und der Schmerz. Das ist so eklig. Aber die machen die Wunde sauber. Die Hände sind nicht so, wie es ist. Die Hände sind nicht so, wie es ist. Die Herr Forrester war ein guter Mann. Und der Herr Roderick. Ein sehr Mann, aber er hätte sich ein guter Mann. Was tun wir jetzt? Die Zukunft ist in Herrn Ethan's Hand. Although er ist jung, und unabhängig zu führen. Ich will jetzt nicht mehr, wenn ich mich umfassiere. Hold this for me, will you? I understand from your uncle that Lord Forrest has saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He's as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of Warcraft. I imagine I'd be pretty good with a sword. He gave me a message to deliver. A message? About what? What did he tell you? Get my uncle. I was told only to tell him. Your uncle? I see. Must be rather important, then. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Go on. Don't stop now. It's better to let the blood circulate. Das sieht da wieder ganz gut aus. The Lord's Chair. Angucken, aber nicht draufsetzen. Schöner Stuhl. Ein bisschen unbequem, wahrscheinlich. Gerade wenn man hier vor dem Rechner sitzt, aber ansonsten schöner Stuhl. Ein Fenster. The Ironwood Grove. Hm. Hm. Muss ich mich erst mal ein bisschen dran gewöhnen, dass man die Kamera nicht bewegen kann. Das Blut gucke ich mich aber auch nochmal an. Myra? Myra? Still in King's Landing, I suppose. Although, I wonder if they'll bring her home. Ryan. Never easy being the fourth born son. Der vierte. Hm. Wird schwierig, als wenn man der dritte ist. Talia und Ethan. Ich suppose Lord Ethan jetzt. Asher. Exiled to Essos, unfortunately. Okay. Ist aber ganz cool, wenn man dann wirklich mal über die ganze Familie noch gleich was erfährt. Lady Forrester. Sie hat immer so nett zu mir. Sie hat mich als ich selbst ein Forrester war. Roderick. Er war unser bester Wurrier bei weitem. Bis das Pferd auf ihn draufgefallen ist. Lord Forrester. Es war ein Höhepunkt, um ihn zu schweilen. Gregor the Good. Ich auch. Das Interessante, dass Lord Forrester uns aus dem Dienst mehr oder weniger entlassen hat. Hm. Also er hat uns so zusammen freigegeben. Was ich zwar jetzt irgendwie auch erledigt hat, aber kann man ja nochmal anmerken. Wollen wir mir das Schwerz zeigen? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mhm. Ich bin vielleicht falsch. Du seien auch, dass du es auf den Druck bringen kannst. Mhm. Hat er ja auch sehr, sehr gut verarztet. Kann man sich ja nicht beschweren. Ich zeige ihm mal mein Schwerz, was ich habe. Guck mal her. Medizin. Genau so sah mein Gesicht vorhin auch aus. Einfach mal reinfassen. Sie sind ziemlich süße kleine Kreaturen, nicht wahr? Ich glaube. Und das. Nur irgendwelche Bären, die Heilung versprechen. Ja. So. Ich zeige ihm mal mein Schwerz. Es ist eine gute Sache, dass du es gemacht hast. Er bringt ihn zurück zum Haus Forrester. Mit dem Recht, das gehört jetzt dem Herrn Ethan. Das Schwerz hat sich durch 50 Generationen von Forresteren gehandelt. Oh Mann. Wird das gern behalten? Hat dein Knie weckert? Nein. Ich wollte nur fragen, was du? Kann ich gehen jetzt? Ich glaube, dein Knie wird gut. Anytime wird sagen, aber... Lady Forrester. Willkommen zurück, Gerard. Wir alle lieben, dass du überlebt hast. Danke, meine Frau. Talia asked zu sehen. Gerard, ich habe gehört, was passiert. Ist das wahr? Ich habe, meine Familie... Du hast uns geändert. Ich habe, meine Familie... Ich bin sehr entspannt. Ich bin sehr entspannt. Ich bin sehr entspannt. Me, too. Auf nach Hause, jetzt. Hurry auf. Ich bin sicher, Lady Forrester würde wissen, was du erinnerst. Er liebte seine Familie, m'lady. Er war sehr stolz von Roderick. Doch er konnte ihn nicht schützen. Du warst mit Roderick, oder? Ich bin sicher, es war Chaos und Gefühlen. Aber wenn du erinnerst, ich bin sicher, Lady Forrester würde wissen. Entschuldigung, m'lady. Nothing kann er tun, um ihn zu schützen. Er war Chaos Forrester's best. Das ist so schwer für uns, besonders die Kinder. Aber ich habe gesagt, ich habe gesagt, dass Sie die letzte Zeit sehen, dass mein Mann alive ist. Ja, m'lady. Ich weiß, dass es schwierig sein kann, aber wenn ich mich fragen würde, war es etwas, was er gesagt? Was er gesagt hat? Any last words before he passed, if you can remember? Er... Er sagte er liebte dich? Das ist sehr nett von dir, zu sagen. Du hast die Forrester's sword. Das gehört mit Ethan, jetzt. Er ist der neue Herr von der Haus. Danke, Gerrit. Natürlich, m'lady. Es braucht eine Antwort. Es ist zu gefährlich, besonders jetzt. Jetzt ist die Zeit für unsere Kraft. Ich bin sicher, dass es gegeben ist, Ethan. Duncan, das war unsere Land. Sie waren unsere Leute. Ihr Familie. Ich habe deine Angst, Herr Roiland. Ich habe deine Angst, Herr Roiland. Ich habe das. Aber jetzt ist es nicht die Zeit, um die Whitehills zu provieren. Nicht mit Ramsey Snow kommen zu sehen uns, Bende die Knee. Die hell mit Ramsey Snow, der Bastard. Gerrit, du verstehst du, was das bedeutet? Du hast die Bolton, und Ramsey Snow will his retribution. Wir sind diejenigen, die müssen die retribution machen. Das ist passiert auf Forrester Land. Sie haben meine Familie. Und sie werden für was sie getan haben. Das viel, ich versuche. Aber jetzt ist nicht die Zeit für die Vengeance. Es ist nicht jetzt. Wann? Wir müssen uns wundern. Ramsey Snow wird hier in der Woche. Und was würden wir uns tun? Nichts? Ich würde uns tun, dass wir unsere Hände, während sie noch an unsere Hände sind. Gerrit hat so viel als jemand anderes in diesen Wallen. Vielleicht kannst du ein bisschen zu sagen. Gerrit hat genug zu sagen. Du fragst zu viel von ihm. Er ist die Familie. Er ist die Familie. Er ist die Familie. Er ist die Schule. Aber wir würden uns zu sagen, wir würden uns zu sagen, und schweig zu sagen. Aber das wird uns zu sagen, das wird uns zu sagen. und wir würden uns zu schützen. Der Mann war nur einfach zu schützen. Ich bin nicht zu schützen, für was er gemacht hat. Ich hätte auch gemacht, wie ein Mann. Ich hätte nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Untertitelung. BR 2018